Ich bin nicht der Einzige. 9 von 20. Die lasse ich mal da, die 2. Und hierbei angreifen. Ja, und dann holen sie da hinten noch welche hinweg. Damit ich meine Leute zusammenkriege, die ich brauche. Ja. Komm schon. Ja. 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 Nein. ein klingenmeister ich glaube der könnte stören den nehmen wir weg und der gehört nicht dazu die gehören nicht dazu 19 von 20 ach das ist doch schon wieder ärgerlich naja kann sein dass sie dann der bonus weg ist ich dachte echt wir können dann mal eben so vorbeilaufen aber nein ganz zu fett narsch daran ich bist komm ich hab auf aufmachen hallo leute sehr schön lebt ab jetzt gefällt mir sehr gut ich brauchte nur hier rein geben nichts passiert aha dann kommt mal rein oder raus hallo ein paar da waren unten ich wollte sagen merken die das nicht hey nicht mal ne makro hier aufs gefekt setzen hier ja 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 Was passiert? So, die jetzt noch. Und jetzt? Wir kommen mal von hinten. So. So. Nichts passiert. Es passiert nie was. So, jetzt müssen wir jemanden suchen noch. Irgendwie... Finde Admiral Shy. Wo finden wir den Admiral Shy? Warte mal. Ich hab's nur gedacht. Wir müssen sowieso ganz zurücklaufen. Seht ihr das? Und dann dahin. Hm. Hm. Okay. Na, kommt mal rein, ihr Jungs. Fühlt euch wieder zu Hause. Oh, warte mal. Dann machen wir die eben hier platt hier. Aber wenigstens einen Bonus haben wir dann. Siehste. Das wollte ich ihm haben. So. Ich vermute mal derjenige der gerade auch mit mir hier war. Hat mir jetzt wahrscheinlich den ganzen Weg frei gemacht. Weil der etwas schneller gewesen ist wie ich. Trotzdem. Ist er da nicht? Ah. Sie wollen gerade wieder spawnen, glaube ich. Beeilung. Siehste. Siehste. Da vorne ist er. Haha. Nö. Och komm. Echt. Du hast mich gesehen. Okay. Erledigt. Jetzt lassen wir mal ein bisschen vorlaufen. Im Moment denkt er noch erst mal. Ich bin jetzt ganz alleine. Komm, man sieht ja gar nicht so. Im Moment kann er nicht sehen, dass ich in dem bin. Weil. Ihr seht das selber wie das mit der Kamera ist. Man sieht das nicht. Und der macht mir alles schön im Weg frei. Ich brauche mich gar nicht groß an die anstrengen. Gefällt mir sehr gut. Jetzt hat er mich wahrscheinlich gesehen. Eventuell. Welches Level hat er denn? Ah. Level 60. Denn ist ja auch ein bisschen einfacher dann. Danke fürs Freimachen. Das ist der Admiral. Ich hoffe, ihr versteht, wie sinnlos das alles ist. Ihr beansprucht die Kristalle für das Imperium. Sie bauen ihre Armada. Wir werden einen Weg finden, sie aufzuspüren, um sie zu zerstören. Und dann wird das Imperium etwas Größeres und Besseres bauen. Und so weiter und so fort. Bis wir uns gegenseitig oder die Galaxis vernichten. Das könnte passieren, ja. Gar keine so schlechte Idee, wenn ihr euch gegenseitig vernichtet. Dann bleibt mehr für den Rest von uns. Das Imperium und die Republik sind die Galaxis. Ihr werdet auch mit hineingezogen. Das seid ihr bereits. Das nicht zu verstehen wird euer Untergang sein. Na toll. Hinter den Schutzschild haben sie versteckt. Ich bin vorsichtiger beim nächsten Mal. Gerne Marco. Wir müssen jetzt zu sehen, dass wir da jetzt reinkommen. Bitte mein. Wo? Ach guck, da stehen ja welche. Hallo Leute. Okay, die sind schon mal weg. Oh. Marco wird attackiert. Wurde attackiert. Da der nächste. Komm mal näher. So. Und du? Oh, warte mal. Da ist was. Da flackert was auf. Die Reparatur-Droid nähert sich. Das ist nicht so gut. Oh. 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 Reparatur-Dreh, die nähert sich. Da. Truppen nähern sich. Da kommt irgendwie noch ein Silberling da hinten, ah, da hinten ist er. Musst du mich in den letzten Atemzug nachher ziehen? Das Spiel müssen wir jetzt drei-, viermal machen oder was? Oh Gott. Ne, dreimal glaub ich nur. Diesen einen noch. So. Wie kein Ziel. Das war ja klar, dass das nicht so einfach werden wird. Wo ist er? Da ist der Admiral. Und da. Kein Ziel. Ich treffe den nicht. So. Da ist der Admiral. Da ist der Admiral. Oh, echt jetzt? Marco, wie wär's mit heilen zwischendurch? Marco, wie wär's mit heilen zwischendurch? Marco, wie wär's mit heilen zwischendurch? Das gibt's ja gar nicht. Marco! So. Sag mal. Hat die ne Macke? Jetzt muss ich die ganze Scheiße von vorne machen oder was? Glaub's ja nicht. Also jetzt könnte ich sie echt im Arsch treten. Echt. Echt. In den Arsch treten könnte ich jetzt, Marco. Was soll die Scheiße? Da kann man echt... Da kann ich echt sauer werden. Da stört man sich auf Heilung. Das Mädel ist Level 25 oder so. Die ist... Äh... Dann so ne Scheiße. Nochmal. Und wie du machst du so ne Scheiße hier jetzt? Wo ist der Arsch jetzt? Hallo? Hallo? Oh, das hat ne Wahl. Ah. So, geht doch. Echt. Aber schon wieder so viel Leben verloren. Guck dir das an hier. Nicht witzig, nicht witzig, Marco. Ihr glaubt sicher, wenn ihr mich umbringt, hat das alles bald ein Ende. Was habe ich euch über den Tod großer Männer gesagt? Das Imperium wird versagen, weil es darauf besteht, eine Gruppe von Einzelnen zu sein, anstatt vereinigte Staatsbürger. Weil es darauf besteht, alle an ihre Grenzen zu treiben. Wir bauen die Schwachen auf und werden dadurch stärker. Mit diesem Geschwafel tut ihr euch keinen Gefallen. Nein? Das hatte ich auch nicht erwartet. Bringen wir es also hinter uns. So. Abgeschlossen. Amiral Shai verhaftet. Wunderbar. Öffne die Hagga-Tore. Die Hagga-Tore? Wo können wir... Ah, jetzt kommen wir da durch. Alles klar. Alles klar? Ja, sicher da, Marco. Ah, du hast gerade ein bisschen... Nein, ich bin ein bisschen angefressen, Marco. Echt. Ja,朝. Ja. Untertitelung des ZDF, 2020 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 ich glaube die dinger kann man auch mittlerweile alleine machen ich glaube ja schon kann man alleine machen präsentiere ich euch aber beim nächsten mal ich mache jetzt erstmal warte mal ich gucke euch ja gar nicht an wie unhöflich von mir so leute ich werde euch wohl dann habe ich noch gar nicht gemacht ein flashpoint präsentiert aber ich werde dann wohl in einer einzigen aufnahme ich denke mal das mache ich nur eine aufnahme daraus die flashpoint hier hinterher noch schmeißen auf jeden fall auf jeden fall mit alum sind wir jetzt auch durch und ich hoffe es hat euch gefallen das ganze ich würde mich mal über einen daumen hoch sehr freuen oder auch mal über kommentare das wäre echt geil und jetzt muss man schauen was ich jetzt das nächste mache für euch bin überlegen ob ich jetzt also ich werde wohl star wars noch weiter machen auf jeden fall aber auch ein anderes game würde ich auch noch präsentieren ich muss mal gucken was lassen wir mal überraschen was hinterher kommt aber ich würde die tage wohl was aufnehmen was anderes auch noch und hier würde ich euch dann wahrscheinlich ja ich habe mir überlegt noch auf der republikanischen seite was zu machen einmal wieder und zwar bin ich überlegen schmuggler eventuell aber richtig fies und böse dann also ein fiesen schmuggler wird nicht wahrscheinlich in angriff nehmen ja auf jeden fall hat mich gefreut dass ihr wieder zugeschaut habt und ich sage dann mal bis zum nächsten mal euer rode ciao